Dirk, du bist ja schon Level 78. Ja. Du, du bist Level 78. Du könntest Rang spielen. Und Ronny auch. Aber ich kann noch kein Rang spielen. Ja, das ist aber doof. Das ist aber jetzt doof. Alles ist meine Schuld. Verlaub, dass keine Zombies da sind. Ja, das ist ja total Dizzing hier. Starte Ban Phase. Jetzt kannst du Leute banen. Banen. Wem banen wir denn? Man muss abstimmen, ne? Weg wird, hab ich jetzt genommen, keine Ahnung. Nimm Fuse. Fuse. Ich hab gar keinen Namen. Ich banne Fuse. Die anderen können sich nicht entscheiden. Doch. Jekyll. Ich dachte schon Hyde. Geht das wird schneller hier? Nee, das dauert immer so lange. Boah. Mira. Ja. Ja. Wen soll man denn? Blitz? Ja. Also Bandit? Ja. Boah. Boah. Wie sehe ich das? Doch ich. Echt? Jetzt haben wir den gebannt. Jetzt spielt's da auf jeden Fall nicht. Ende der Ban Phase. Der ist wahrscheinlich auf der Seite. Guck und da hat direkt einer das Spiel verlassen. Weißt du, hat direkt gedacht so, boah, ne. Jetzt wo der Band nicht mitspielt, ist vorbei, ne? Da habe ich schon keine Lust mehr. Was machen wir denn hier? EG Küche Speisesaal? EG Küche Speisesaal? Das haben wir schon öfters gemacht. Ich werde dafür. Und ich nehme Smoke. Ich habe mir hervorgenommen, jetzt immer mal andere zu spielen. Deswegen spiele ich jetzt Smoke. Echt? Bist schon in der Aufnahme? Hast du schon irgendeinen hinbekommen? Ja, also du hast schon irgendwas gemerkt, dass irgendeiner besser ist oder so? Nein. Nein? Nein. Eigentlich nicht. Also der Smoke ist auch nicht schlecht mit den Gasgranaten. Das ist auch keine schlechte Sache, das. Oh, da ist eine Bombe. Die sollen wir wahrscheinlich schützen. Ne, die steht dafür zur Trappe. Achso, ja dann. Das Nestchen kann jederzeit aufmachen. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Äh, da fährt doch irgendwas an meinen Füßen vorbei. Das musst du nicht abschießen. Der Witzball. Springt er da auf mein Bett rum? Was ist das denn für ein Typ? Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend klar. Nur noch 10 Sekunden. Wer? Wer ist das? Wo spreche ich? Der, der, der ist gemeint. Aber das ist immer die gleichen Tassen. Immer, immer diese Kinder im Spiel, ne? Die machen alles hier kaputt. Ja. Die haben das irgendwie mit den Rab 18 nicht verstanden. Ist das dein C4 an dem Fenster da vorne? Das ist keine, das ist eine Gasbombe. Hast du kein Handy hier wieder hängen? Kein C4-Springsatz? Ne, ich hab jetzt Gasbomben bei dem. ử-Springs portieren. Nächstes T8, Nächstes T4 ein weisitat. Nächstes T4 ein. Wir mit der Ebene Tool machen. Auch in der ersten排 Impfung Fenster, Fenster. Das ist ja outside the window. Ja, ich bin ja schon tot, deswegen bin ich ja outside the window. Outside the window. Ja, danke für den Tipp, der kam jetzt etwa 5 Stunden zu spät. Tuppes. Werd erst mal wachsen, lass dir ein Bad wachsen und so. Aber wir sind ja eh nur zu fällig. Ich glaub, bei der Türe. Ach ja, komm. Sprengt er mich weg mit einer Scheißgerade, ich wollte gerade weglaufen. Der Hund. Die stehen, vier Stück stehen bei mir vorm Fenster, ne? Also die sind alle vorm Fenster, demnach. Ja. Irg, du machst das schon. Irg, du machst das schon, wie immer. Oh, schade, schade. Es waren zwei, war noch einer geradeaus. Wir haben sogar noch zwei. Ja, ja, ich hab den einen gesehen, auf den hab ich geschossen, aber der auf der anderen Seite hat mich gekriegt. Bei den anderen hast du gekuschelt. Einen hast du geschossen, aber du hast gekuschelt. Ja, das war, glaub ich, ein Zungenkuss. Ach du, fiese, bämm. Dann nehmen wir jetzt die Küche. Ja, ich kann doch auch nix dafür. Also ich wär für die Küche. Okay. Du bist immer noch zu viert. Aber dafür waren wir echt gut. Ne, finde ich auch. Also wir haben den echt einen heißen Hintern gemacht. Echt, was haben wir denn gemacht? Ähm, gestorben. Seid ihr in ein anderes Spiel drin gewesen als ich, oder? Nee. Ich hab auf meinem linken Monitor gerade einen Film laufen, weißt du? Man muss ja manchmal einfach sich anpassen an den Spielablauf. Ich hab ne Schrotze rausgesucht. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Boah ey. Ach so, ihr sperrt mich einfach aus. Alles klar. Ja, da kommt doch wieder rein. Guck. Hier. Da ist wieder rein. Warum haben die da so ein Loch in der Wand gemacht? Versteh ich das irgendwie? Sind bei mir? Alle? Oh, ja, ja. Sie haben meine Bombe gerade ausgeschaltet. Alle bei dir? Ne, ich weiß nicht wie viele bei mir sind. Ich weiß nur, dass sie bei mir waren. Wir haben nur einen Schlitz aufgemacht. Hat mich. Unten drunter durch hat er mich erschossen. Im großen Raum. Hat mich erwischt. Boah, das war mal eine Schnelleliminierung, hey. Verkackt das jetzt eh. Macht nichts. Wir haben jetzt gerade alle verkehrt. Verkackt. Schaffungsgerät wurde platziert. Entschärfe aufgespürt. Sofort zerstören. Füße. Schieße auf die Füße. Ich finde sowieso, es läuft hervorragend. Ja, doch. Echt? Ja, super. Also ich finde, wir überzeugen hier total. Mit unserer Leistung. Ja, ja. Was sagst du? Wieso müssen wir denn jetzt nochmal? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist jetzt Wettkampf. Keine Ahnung, was das irgendwie bis an das ist. Toll. Ja, man, nicht rum. Heu, leise. Heu, echt jetzt. Wie, du heisst Chantal? Sven, ich dachte, du heisst Sven. Mein zweites Name ist Chantal. Ah, okay, cool. Die Bomben schützen. Deine habe ich gerade, ist Petra. Ja, das stimmt, ja. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Die Wand ist befestigt! Tür gesichert! Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Ich verteidigt sie. Ich denke, sie gehen wieder auf B, weil da wollten sie gerade die, ähm, die Karre deponieren. Die Kamera deponieren. Bei mir wieder auf der Seite. Ach, wenn du wüsstest, wo deine Seite ist. Ich lade jetzt nach! Ich lade sich an, als ob die immer noch am, über dem Dach bleiben. Bei mir an der Führer. Ich lade sich an der Führer. Ich lade mich an, als ob die immer noch am, über dem Dach bleiben. Ich lade mich an. Ich lade mich an. Ich lade mich an. Und dann schaue mich an. ach komm wie viel wollte ich dann noch sein wie sein operator gefallen und die werken wir mit 16 mann wir kamen jetzt von zwei seiten ja das ist ja gut gelaufen also ich finde wir überzeugen hier total wo fangen wir an straße allemal straße allemal straße alle muss straße und wir sind 9 min zu viert ja ja aber keiner wir müssen eine bombe auf nicht was wieder los ist null kills habe ich null wir sind einfach emotionell heute zu sehr angeschlagen einfach grottisch grottenschlecht bin ich wer ist runter in den keller okay ich bin schon im keller wo sind sie wo wir eben waren als das letzte mal einsatz in zehn sekunden ja und sie waren genau da noch fünf sekunden aber auch durch die fenster gehen wie die nein wir sterben das ist ja dermaßen das haben wir aber auch heute vorgenommen also das war mein plan war alle vier runden zu verlieren der geht sogar auf legger marsch haha ich bin da auch äußerst stolz drauf du macht er das ach ja das war's links der ecke sitzt einer soll ich klopf-klopf machen einer ist weg ich denke ich habe es nicht klopf machen soll Wir sind entdeckt. Geh durch. Der hat eine Falle. Krieg in der Falle. Ah, super. Ich wollte gerade den Entschärfer nehmen. Da war eine Falle hinter. Ja. Da liegen wir alle übereinander. Das ist irgendwie cool. Ziel erreicht, Leute. Ziel erreicht. Ich wollte auch, dass das Cybergecko-M. Ich wollte auch, dass genau der der Beste ist. Ja. Ja. Aber guck mal, ich bin der Beste. Ja, und ich bin der Schlechteste. Auch das war mein Ziel. So, jetzt muss ich beim nächsten Runde muss ich FBI machen. Dabei habe ich schon nur 30 Prozent Chancen für den Alpha Pack. Der Alpha, Gavin. Ja, ich sag dir, Junge. Was hast du noch? Ich lebe für Alpha Pack. Ich weiß es nicht. 38. 38 Prozent. Ah ja, ich habe ja noch einen Boost. Jetzt schmeiße ich mir direkt rein. Eben Tage. Ein Boost? Ein Boost. Ein Boost, Junge. Weil ab jetzt gewinnen wir das Ding hier. Alter. Okay, wenn du das sagst. Lass mich auf dich. Ohne Rang. Spielen wir ohne Rang. Das Spiel hat begonnen. Äh, ich nenne die immer Nymphe. Bombe. Oh, wir haben eine Bannphase. Wir haben die Bannphase. Wir haben die Bannphase. Ich würde auch sagen, wir benden generell alle. Nein, wieder Fuse. Du bist ein sehr fused. Ich bin der Einzige, ja. Warum wohl? Hm? Ich bin Team Blau, ja. Echt? Oder? Nee, ich bin Team Orange. Entschuldigung. Voll, voll verrührend für mich. Ach, die können sich eh wieder nicht entscheiden. Siehst du doch. Die Zeit muss ablaufen. Das ist ein Jekyll. Ich bin auch Jekyll. Und was ist mit Hyde? Ich weiß nicht, wo du bist. Was ist mit Hyde? Hyde? Hyde bann keiner. Hi. Ja, hi. Clash. Der aggressive Neger. Der aggressive Neger. Der aus irgendeinem Grund ständig schreit. Hacker, der wird doch nur was essen. Jeder irgendeinen. Genau, wenn nicht jeder irgendeinen. Genau. Der hat sich in deinem Teil. Mühre? Ne Ahnung. Auf jeden Fall sind das Gott sei Dank immer nur Operator, die ich nicht hab. Weil wenn irgendein Operator rinkommt, den ich habe, dann kann ich nur noch spielen. Ja. Spiele läuft besser. Traurig. Aber mal. Also ich nehme jetzt hier Cafeteria. Ja, nur da würde ich was anderes machen als die anderen. Ah, ich muss doch FBI spielen. Besser an FBI. Achso. Was weiß ich, wer FBI ist? Ja, ich weiß es. Mein Ohm. Keine Ahnung. War der eben der ADFS? Nee, ADVS? Ad... 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 Keine Ahnung, was das ausgesprochen wird. Ja, ich weiß, was... Er war doch eben in der gegnerischen Team, ne? Das kannst du nicht sagen. Keine Ahnung. Sagen wir gewinnen wir jetzt, genau. Ja, wir gewinnen das jetzt, ich habe die Schnauze voll und verliert. Ja, ich habe auch die Schnauze voll. Ich habe gerade einen Boost aktiviert und der muss es jetzt einfach bringen. Ja, ich möchte echt, ich möchte da sein. Weißt du, da. Wo ist da? Nicht hier, sondern da. Ja, nicht hier, sondern da. Genau. Und da ja keiner sieht, was ich gerade zeige, dann ist es ja völlig egal, was ich da hin oder weg. Da. Ich sehe es. Ja, du verrätst mich nicht, weil ich es gezeigt habe, oder? Wie ist denn? Ja, nicht weglaufen! Nur noch 10 Sekunden. Leiderabstand halten. Neue Inertragung. Nur noch 5 Sekunden. Ey! Lademagazin! Der Angegner hat meine Bombe lokalisiert. Auf Heinrich Aktionen vorbereiten. Kommt, ich singe jetzt mal die Löwenzahn-Melodie und dann gucken wir mal. Ob das als ein Ben gilt. Und jetzt alle zusammen. Ja, genau der. Genau der der ebbenen gegnerischen Tima. Genau der ist tot. Bei mir ist irgendwie eine Bombe reingeflogen. Ich glaube, die haben hier ein Loch in die Wand geschmissen bei B. Und wo hat der, ein Sniper-Schütze, von wo hat der, die sagt, mich denn getroffen so? Ach doch, das Fenster war der. Ich lade ein neues Magazin! Jetzt wissen sie, wo ich bin. Die kommen auf B, die kommen auf B. Ja, haben mich erwischt. Da konntest du aber nichts machen. Nee, da konnte ich nichts machen. Die wussten, wo ich bin. Die wussten, wo du sitzt. Ich wollte jetzt ja, ich wollte gerade die Position wechseln. Ja, aber du kannst ja nichts machen. Da ist einer gerade irgendwie umgefallen. Der ist aber nur angeschossen. Sven, der ist nur angeschossen. Genau, die sind beide tot. Hier ist keiner mehr, Sven. Ich helfe mir und ich helfe dir. Die Gegner haben einen Entschärfer neben einer Bombe platziert. Zerstört ihn. Entschärfer lokalisiert. Die Bomben schützen. Den Entschärfer deaktivieren. Ich habe keinen. Letzter verbleibender Gegner. Ach, wo ist er denn? Er hat leider keine Kamera mehr. Ich auch nicht. Oben auf dem Dach. Nee, wie doof. Ich habe auch raufspringen gesehen. Mann, ey. Ich meine, das war clever. Das ist eine gute Idee da oben. Ja, sich da hinten und die Bombe genau davor zu legen. Das war schon cool. Noch mal das Büro. Ich mache wieder Cafeteria. War super, hat super geklappt. Also der Jude mit seinem Störsender, weiß ich nicht. Ich nehme den jetzt einfach, so. Ich sage nichts mehr. Weil ich habe so komische Tesa-Schreifen vor meinem Gesicht geklebt. Deswegen sage ich jetzt nichts mehr. Ich meine, intelligenter wäre es gewesen, wenn er die vor den Löchern von dieser Atemschutzmasche geklebt hätte. Weiter auf beiden Seiten. Weiter schicken. Ist ja auch sehr intelligent, dass wir hier genau dazelbe machen, oder? Warte, ich mache, mache ich die Wanne zu. Komm, noch einer. Die Gegner haben eine Wanne entdeckt. Ach komm, warum machst du denn da vorne ein Loch, halt, du Huren? Bombe vom Gegner entdeckt. Machst du viel wieder. Ein Gas präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Pass aber bloß auf mit deinem letzten Gummi, den du da drin hast. Ich meine, du musst ja eben unterbinden. Mit meinem letzten? Ich habe da noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Gummi drin. Ach, da sind noch so viele drin. Da sind acht, da waren sie, Rinnis drin. Weil hier ist der, äh, hier ist der Zahn. Und hier ist ein, zwei, zwei. Und, äh, hier ist das, hält es noch mal ein Haus, das ist für mich schon. Ich habe immer von zwei. Ja, guck, ich bin hier unten fast. Ja, hier. Ja, unten fast. Abwischen? Ja. Da ist immer noch da oben, ne? Ja, ja, aber das Schild ist kaputt von dem. Ja, ja. Guck. Oh, stimmt. Ja, weiter. Hast du nicht gut? Ah ja. Noch einer. Unter uns, unter uns, unter uns. Tür ist gerade aufgegangen. Noch einer. Zwei habe ich weggeholt, das ist aber noch einer. Danke, Herr. Zwei oben. Tür, äh, Fenster, Fenster. Dirk. Einer, fuck. Die Kamera kaputt gemacht. Einer ist, äh, mitten, 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 in der Mitte, glaube ich. Äh, Tester steht. Okay. Das ist noch einer. Ah, scheiße, hat mich erwischt an der Fenster. Ich weiß nicht, warum ich den nicht getroffen habe. Ach, der ist genau zu dem Zeitpunkt zur Seite geschwungen. Ah ja. Das war aber schon besser. Ah ja. Ja, war besser, sagst du? Ja, ich hoffe, ich schon war besser. Aber es ist richtig, nein. Es ist richtig, nein. Es ist richtig, ich kann das. Zweiten, aber scheiße. Da war doch schon knapp. Da haben wir schon einige gekillt, bevor wir dann alle platt waren. Ja, du hast keinen Bock, du nimmst den Rock. Ich schaue jetzt da die Sicherheitsdinger hin. Ja. I've got no Rock. Nee, eigentlich heißt es ja I've got no Rook. Ja. I've got no Rooks. I've got no Rooks. I've got no Rooks. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Der Stacheldraht ist bereit. Und bei mir, E-Seite. Draußen, oder was? Naja, noch draußen. Ach, verdammt. Einer von den Sonnen liegt. Ja, ich lieg. Ich werde schon aufgeholfen. Die machen die Gitter kaputt. Die kommen von oben in die Treppe. Ich hab die, ich hab die. Also, ich hab die Treppe hier. Ja, der steil in die Luft, alter. Der hat mich, der fackt mich ab. Da stehen alle, da steht auf jeden Fall, der fackt mich über euch. Und an der Treppe stehen die. Welche Treppe? Da ist einer, grad. Treppe bei B. Boah, hat der Blendy geschossen. Äh, Richtung Treppe ist er wieder, ne? Ich bin grad rum, ich wollt hier umlaufen. Ich bin grad rum, ich wollt hier umlaufen. Und, komm mal. Geben den Schild hab ich erledigt. Ich liege. Der tot. Jawoll! Wir haben ihn gekillt. Nee, nee, wir haben ihn gekillt. Der ADHS-Typ, der hat gerade eine Kill gemacht. ADHS-Typ? Jaja, der heißt Adi vor S. Deswegen ADHS-Typ. Wir gehen mal lang. Äh, wie immer, Tankstelle? Wem nehme ich denn? Den, 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 den. Mit dem hab ich immer Pech. Ja, deswegen nimmst du den. Ja, sicher. So rein prinzipiell, ne? Genau. Wird aber eine lange Runde diesmal, ey. Schon 30 Minuten für zwei Level. Ihr müsst eure Drohne verwenden. Ich hab meine Drogen verwendet. Oh, hier unten sind's in der Garage. Oh Mann, ich finde das richtig. Aber unten, im Keller ist der. Die machen da alles zu. Mhm. Zwei Mann sind hier. Da ist noch einer. Zehn Sekunden ist Einsatz. Ah jetzt hat er mich entdeckt, scheiße. Wir haben die Türe offen gelassen, ne? Mhm. Drum dran. Ja, die Türe da, er kämmt mich gerade bestimmt vor. Ne, da kann ich kein Klopf-Klopf machen. Hier kann ich Klopf-Klopf machen. Bin durch. Ich bin bei euch. Und dann haben sie ihre eigene Brüstung zerstört. Ja, und jedes Mal kriege ich nur, wir schaden. Ich hasse. Ja, die wissen ja jetzt, dass du hier von da aus kommst. Sollten uns einen anderen Weg suchen. Ja, von oben. Beim ADAS. Hier wird's gleich richtig heiß. Hm, da warten sie also auch. Aha. Ach komm. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Der Schafe muss zurückgeholt werden. Hat er gedacht. Hat er gedacht. Hat er gedacht. Ja, ja, er hat es gedacht hier. Ach, der sitzt doch. Close, ganz rechts in der Ecke. Oh, das ist voll Treppe. Hast du das gesehen? Durch das Loch geschossen. Genau durch das Loch. Ah, ich. Das war ein cooler Trick, du. Der hat sich von meiner Handgranate nicht ablenken lassen, weil die ist weiter die Treppe runtergerollt. Scheiß Handgranate, aber auch. Ja, ich, ne. Aber der Typ, der hat echt gut gesessen da. Und hat durch das Loch geschossen. Naja. Naja. Wo fangen wir an? Naja. Jetzt hab ich noch nicht. Nicht. Ich geh. Ich geh. Hey, wo hast du die denn her? Was? Ja, du hast so ein Special Skin hier für den Ash. Ja, hatte ich irgendwann mal dabei gehabt. Oh, schon. Hat der eben mal 100 Euro ausgegeben, da war der dabei. Guck ich auch weiter. Ja, genau. So ein paar Packs gekauft, das macht man ja so. Warum nicht? Ja, man hat das Geld ja. Wir sind bestimmt wieder im Keller. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Nee, das mach nicht. Das wäre jetzt echt ätzend, wenn die schon wieder im Keller wären. Aber ich fahre gerade zum Keller. Aber ich fahre gerade zum Keller. Hat denn irgendeine Fuse mit? Nein, ne? Nein. Wir im Keller sind sie nicht. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Wir sind im Keller, aber sie sind im hinteren Teil. Nein, sie sind nicht im Keller. Doch. Und die hintere, die unten im Keller ist, die Bombe, die ist mal wieder nicht geschützt. Wie immer. Man kann sich ja nicht auf alle Bomben konzentrieren, ne? Ja. Mit fünf Terroristen geht das nicht so einfach. Nee, nee, nee. Da ist man ein bisschen überfordert manchmal. Bist du in den Keller? Mhm. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Naja, klar, ne? Ah, scheiße. Eine scheiß Giftbombe. Entschärfer wurde erneut gesichert. Noch eine scheiß Giftbombe. Ah, von vorne. Er sitzt vorne. Ja, ich habe versucht. Aber ich habe ihn nicht tödlich getroffen. Ach komm. Oh, Hund. Das ist auch ein scheiß Gang. Also da muss man irgendwie außen rum gehen das nächste Mal. Da sind jetzt zwei unten im Gang. Ach so, der spielt da noch. Ich weiß sowieso nicht wie das Spiel geht. Soll ich ja. Scheiße. Das fing so gut an. Und er hat einfach nur glatt weg daneben geschossen. Ja, hab ich ja eben auch. Den einen hätte ich haben müssen. Was denn geklaut? Ich habe nichts aus der Pfanne klaut. Nein. Nein. Das ist Alea. Das ist nimmer satt. Ich habe es nicht gegessen. Ich habe es nicht gegessen. Aber ich beende hier mit die Folge. Macht es gut. Bis morgen. Bis morgen. Mach den Hut. Genau. Macht den Hut. Bis morgen.